Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 23.11.2020. Heute ist Montag. Heute war die Volkshilfe da. Sieht man auch an meinen Haaren. Die sind frisch gewaschen. Es war irgendwie platt, aber trotzdem sauber und weich. Heute war nachmittags Corinna da und ich habe ihr die traurige Mitteilung gemacht, dass ich mich entschieden habe, sie im Januar zu kündigen. Ich habe es nicht wegen ihr gemacht, sondern wegen mir, weil ich das Gefühl habe, dass ich jemanden in meiner Nähe brauche, der spontan da kommen kann und nicht eineinhalb Stunden Anreise hat und der einfach etwas reifer ist, aber nicht zu, also nicht über 30, aber auch nicht zu kindisch oder so. Und ich fand das für sie nicht fair, dass sie fast alles an Geld in Zugtickets investiert hat und nicht sicher war, dass das Geld wieder rauskommt bei der Steuererklärung. Und ich habe sie in der letzten Zeit nicht gut behandelt, weil ich einfach schlecht drauf war und im Winter einfach immer irgendwie gestresst bin und depressiv und ich weiß nicht. Und das wollte ich nicht weiter für sie. Ich weiß, sie ist sehr enttäuscht und vielleicht auch beleidigt, aber ich glaube, sie hat verstanden, dass ich das mit dieser Anreise von eineinhalb Stunden zu viel finde und dass ich immer einen spontaneren brauche, der im Bezirk wohnt, zumindest wo wir einen ziemlich großen Bezirk haben und der schneller kommen kann zu mir oder schneller nach Hause fährt als sie. Und das hat jetzt im Endeffekt dazu geführt, dass ich sie nur noch bis hier noch behalte und mich noch wie einen anderen umschau, der in meiner Nähe wohnt. Das ist überhaupt nicht ihre Schuld, das ist meine Schuld und ich habe sie nicht gut behandelt und es tut mir leid und ja, ich möchte es besser machen in der Zukunft, aber ich kann halt so nicht mehr mit ihr arbeiten. Aber das ist nicht ihre Schuld. Ähm, außerdem verstehen sich meine Eltern nicht gut mit ihr und das ist auch so ein Druck, Druck, der mich sehr belastet und sehr viel zum Nachdenken bringt. Und ähm, ich habe mir die letzten Monate genug im Kopf zerbrochen, wie ich das mit ihr organisieren könnte, dass ich sie nach Hause schicken kann, wenn es mir reicht oder zu viel wird. Und das ist einfach nicht möglich. Ich kann sie nicht, wenn sie halb eins kommt und zwei schon wieder nach Hause schicken. Ähm, oder halb schreien. Und das wäre nicht gut. Ähm, der restliche Tag war mir spazieren. Und sie ist dann um halb drei nach Hause gefahren. Und hat sich noch mit einem Freund getroffen, mit dem sie über das reden wollte. Sie war sehr traurig, ich war auch traurig. Weil ich habe mich ja nicht als Boshaftigkeit von ihr getrennt oder von ihr Arbeitsverhältnis beendet, sondern weil ich mir einfach unsicher bin, ob sie die richtige ist. Und ähm, da kamen jetzt so viele Faktoren ins Spiel, dass ich einfach sagen musste, okay, dann beende ich das, bevor ich mich weiterquäle. Und ja, war eben nicht schön. Mir wird es leid. Und naja, aber es hat mir noch jedes Mal leidgetan bei jeder Asylenden, die ich gekündigt habe. Ähm, sonst gibt es nichts Neues. Ich muss morgen oder so bei Kerstin anrufen. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein, weil das nicht mehr passiert. Ich wünsche euch einen guten Abend. Gute Nacht. Ciao. Ari Ines. Bis zum nächsten Mal.